Es gibt nur Goombas, aber ich brauche die Goombas scheinbar und bringe sie natürlich erst mal um. Das ist natürlich sehr schlau, aber ja, das hat ja gut funktioniert. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Und ja, ich weiß Leute, das Land heißt Forstland, nicht Frostland. Ja, sorry, ihr habt mir bestimmt schon 10.000 Mal in die Kommentare geschrieben oder was sonstiges. Ja, ich hatte halt einen Buchstaben-Dreher drin. Kann mal passieren, oder? Okay, gut, ich wollte noch ein bisschen einkaufen. Deswegen tue ich das jetzt. Kaufen wir uns einfach mal das Labor-Outfit. Warum denn auch nicht? Zieh ich mich direkt mal um. Habe mir direkt ein neues Outfit. Neun Münzen noch. Ja, damit könnte ich nicht mehr so viel anfangen. Ich könnte mir das hier noch leisten. Mach ich jetzt einfach mal. Weil ich mir leisten kann, warum nicht? Wie gesagt, ich will ja sowieso alles haben. Also einfach ausgeben das Geld. Mario, was ist mit deinen Haaren passiert? Es ist Albert Einstein! Albert, Mario. Oder so. What the fuck? Das stand aber nicht in der Beschreibung. Oder, naja, ich habe die Beschreibung nicht gelesen, aber... Es war nicht auf dem Bild. Egal. Kaufen wir mal das Mechaniker-Outfit. Ähm, aber ich bereite erstmal das Labor-Outfit. Denke ich. Weil ich es jetzt schon mal anhabe. Weiß gar nicht, was passender ist. Aber es passt schon. Auch wenn es echt... witzig aussieht. Mit den Haaren. Einfach... Ist das nur eine Perücke oder... Nee, an den Seiten, die Konkletten auch. So. Hat er sich die Haare gefärbt oder... Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Es sieht schon witzig aus. Wo ist die Sphinx hin? Die Sphinx ist weg! Einfach verschwunden. Hm. Egal. Ähm. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Was nun die Panzer hier? Was ist denn hier los? Oh yeah. Kann ich schön übernehmen. Ich muss mal wegballern. Alter, whatfuck. Aha. Und somit... Komm ich ja noch da durch. So wie es aussieht. Da kommen wir ja vorher nicht rein. Äh. Hello? Okay, kann die... Kann die Kanone überhitzen? Oder was? Aber ich konnte gar nicht mehr schießen. Äh. 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 Doch jetzt. Kurzzeitig. Wird sie blockiert. Na gut. Nein. Komm schon. Haben wir noch mehr zum Abballern? Da haben wir ein paar Blöcke. Aber... Da ist scheinbar nur Geld drinne. Aber wenn's schon hier ist, dann baller ich's auch runter. Sehr schön. Was ist denn das? Was ist denn das? Was soll irgendwas niederballern? Hm? Okay. Schauen wir nicht. Kann ich hier drüber? Nö. Schade. Kann ich leider nicht mitnehmen. Na gut. Ähm. Aber bevor ich da weitergehe. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. In... In letzten oder vorletzten Part. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall will ich nochmal hier rein. Denn ich habe da etwas übersehen. Wie mir aufgefallen ist. So schnell hier durch. Oh Gott. Nein. Genau. Hier oben. Das sieht doch verdächtig aus. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und da ist tatsächlich noch ein Mond. Okay. Ich sollte mir das merken. Immer bei solchen... Mini-Leveln... Scheinbar... Äh. Gibt's scheinbar zwei Monde. Autsch. Einfach reingesprungen. Schnell durch. Oh Gott. Das war ein bisschen knapp. Geht einfach hier zurück. Sollte ja... Kein Problem sein. Oder gab es schon mal Ausnahmen? Dass es da nur einen Mond gab? Ich weiß es nicht. Aber es scheint zumindest... Sehr oft der Fall zu sein. Von daher können wir uns das mal merken. Ach verdammt. Jetzt ist alles wieder da. Nein. Du bespaßt. Du bist schuld. Äh was? Ist einfach abgewehrt. Mit der eigenen Kanone. Oh. Wir haben den Weg so mal hoffen. Okay. Never mind. Ich hab nix gesagt. Oha. Überall diese Roboter. Ach komm mal hier. Guck mal hier. Kann man wieder was wachsen lassen? Ist hier was? Sieht verdächtig aus. Gut. An die Münzen komme ich wahrscheinlich auch da rüber. Denk ich mal. Was schmeißt der eigentlich? Verdammt. Nein daneben. Er schmeißt wirklich nur die Mütze. Ich dachte vielleicht wäre es wirklich eine Parolekörner schmeißen mit. Das wäre witzig gewesen. Verdammt. Nein. Das wollte ich nicht. Okay Moment. Probieren wir das mal so. Ob das so klappt wie ich mir das vorstelle. Ja das klappt. Okay. Sehr schön. Haben wir die auch? Ich sehe noch mehr. Ich kann nicht hoch. Ich kann nicht zur Seite. Alles klar. Dann eben nicht. Nein. Äh. Komm schon. So. Aber trotzdem nochmal hier umgucken. Ob hier nicht noch mehr Löcher in der Wand sind. Aber. Sieht nicht so aus. Okay. Dann einfach hoch. Guck mal eigentlich. Ah. Mit Schüttel kann man schneller klettern. So ist es also. Sehr schön. So jetzt sind wir hier oben. Nice. Mit einer Zielflagge. Was macht die denn da? Ist das die Schlange von der Toilette? Macht ein bisschen der Anschein. Aber schauen wir gleich mal. Erstmal hier oben guck. Nein. Mario was machst du denn da? Was sollst du da hoch? Okay also. Oh. Eine Rakete. Eine Rakete. Das bedeutet Mini-Level. Denke ich nochmal. So ist es. So ist es. Oha. Sehr, sehr neblig hier. Und es gibt hier Mondstücke zu sammeln. Das ist verdächtig. Hier kann ich einfach hin. Bin ich jetzt einfach daneben oder? Moment. Warum sind da Münzen unten? Das ist doch irgendwie weird. Moment. Einfach gerade runter. Nö. Hä? Wartet mal Leute. Wartet mal. Das verrückt mich jetzt. Warum sind die Münzen jetzt nicht nochmal aufgetaucht? Weil ich irgendwie... Das gibt es doch nicht. Wieder daneben. Also ich meine, ich hatte eben getroffen, oder nicht? Wartet mal. Da muss was sein. Da tauchen doch nicht umsonst Münzen auf. Das gibt es doch nicht. Schon wieder zu weit. Ich will bei den Münzen lang. Ich weiß, ich verschwinde gerade ganz viel Münzen. Aber ist mir egal. Da muss was sein. Okay. Was soll das? Moment. Vielleicht doch erstmal weiter. Vielleicht... Gibt es hier irgendwas? Damit ich da... um den Lagen fahren kann oder so? Ich habe keine Ahnung, Alter. Das ist doch sehr weird. Verstehe erst, wer will. Ich tue es nicht. Noch nicht. Moment. Aha. Können wir endlich da fliegen? Ah, und da ist ein Mond. So ist es also. Und hier hören die einfach auf. Okay. Ich dachte schon, was ist denn hier los, ey? Ich dachte echt, da unten wäre eine geile Plattform. Und da wäre irgendwas, womit ich dann wieder hochkomme. Aber nee. Hier sind einfach... Pader Goombas. Gibt es also auch. Hier ist nichts. Weird. Vielleicht eine Stammwattacke drauf machen, aber ich habe Angst, dass ich den Goomba dann töte und ich zurückkomme. Ich denke, das ist berechtigt. Diese Angst. Äh, wo bin ich hier? Doch, ich bin richtig. Äh, genau. Hier geht es auch noch weiter. Hier geht es noch mal weiter. Scheiben wir nur zu dem Mond. Nee, weiter runter geht es nicht. Okay. Einen braucht es aber noch. Wo auch immer der ist, stellt er sich irgendwo weiter unten. Und zweite Frage. Gibt es ja auch einen geheimen Mond? Wahrscheinlich schon. Fahrt ich noch wo? Okay, weiter hoch kann ich nicht. Interessant. Wie weit kann ich eigentlich hier raus? Okay, gibt es sogar eine Wand. Interessant. Aber ich kann echt unendlich lange fliegen. Das ist schön zu wissen. Oh Gott, ich kann mich hier übelst weit umschauen. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Secret Mond. Und ich denke, hier muss auch einer sein. Geht es da runter? Aha. Guck mal hier, das sieht aus wie ein Secret Mond. Das sieht auch gut aus. Ja, da ist er. Sehr schön. Gut, habe ich den im Nebel versteckten Nuss. Und natürlich ist es wieder eine Nuss. Was auch sonst. Okay. Haben wir das? So, jetzt brauchen wir nur noch das letzte Mondstück. Das habe ich jetzt auch. Ich habe die Schnelle nicht gefunden. Wo ist das denn versteckt? So schwer versteckt kann das gar nicht sein. Nicht so versteckt wie der versteckte Mond. Äh, ja doch. Der versteckte Mond war ja richtig. Hm. Also diese Plattform ist noch verdächtig. Aber hier ist nix. Oder vielleicht hier drunter? Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Aber irgendwie finde ich ihn nicht. Hey, da geht es wieder zum Mond. Ist hier noch was? Ach, komm mal hier. Hier kann man auch drunter fliegen. Und da ist er noch. Okay, der war, ehrlich gesagt, besser versteckt als der versteckte Mond. Meiner Meinung nach. Aber hey. Ist ja nur meine Meinung. Spaziergang im Nebel. Spaziergang kann man das nicht nennen. Ich bin immer geflogen. Aber egal. Wenn du meinst, Mario. Oder Spiel oder was auch immer. Ist mir egal. Entwickler. So. Das war auch ein netter Ausflug. Mal schauen, was wir hier noch alles haben. Oh. Der eine ist kaputt. Scheint wirklich eine Schlange zur Toilette zu sein. Auch wenn es Maschinen sind. Kann es keine Toilette geben. Aber hey. Hier ist auf jeden Fall der Mond. So viel weiß ich. Danke für die Aufladehilfe. So, Aufladehilfe. Okay. Das macht natürlich Sinn. Typik, kann ich hier irgendwie... Hm. Ich weiß, dem kann ich irgendwie helfen, oder? Dass der Typ sich hier immer beeilt. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Das macht irgendwie ein bisschen der Anschein. Aber wir haben ja hier schon einen Mond gekriegt. Ob es da wirklich zwei gibt? Fragwürdig. Ich weiß nicht. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Vielleicht können wir ja später was machen. Ich merke mir die Stelle auf jeden Fall. Und dann schauen wir einfach mal hier weiter. Ach, guck mal da oben. Da ist schon wieder so eine Goomba-Dame. Okay, und ich verstehe, glaube ich, was ich machen muss. Moment. Ich hol mir jetzt mal den größeren Turm. Na, ihr Goombas? Kommt her. Ich muss einen Turm bauen. So. Okay, mit dem müsste ich eigentlich da hochkommen. Mehr gibt's denn nicht. Nein! Glück hat der einen überlebt. Wäre schlimmer gewesen, wenn ich außerdem auf den gesprungen werde. Aha, okay. Passt so. Sehr schön. Jo, danke für den Mond. Oh yeah! Romanze in dem Waldruin. Sehr schön. Hier müssen wir rumbalancieren. Schauen, was ich hier noch schönes finde, außer Münzen. Und da sind auf jeden Fall noch Liga-Coins. Aber die müsste ich auch so rankommen. Egal, ich nehme jetzt einfach mal die Münzen mit. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Jump mir einfach mal da rüber. Easy peasy. Hätten wir auch von hier angekommen. Aber, wow. Shit, da sind wieder Panzer. Oh, ich hab schon, da werden Liga-Coins, aber nee. Aber das sind andersfarbe hier. Das sind... Die sind in Tarnfarben. Die anderen, oder? Waren die anderen auch? Und die hab ich im Kopf, die waren rot. Nee, die waren auch noch gut. Okay. Ich hab nichts gesagt, aber hier ist noch ein Geheingang. Mit ein paar Münzen. Geht's noch weiter? Dat war's. Äh, freu dich. Mario. Achso. Weil ich den Knopf nicht gedruckt habe. Ich dachte, das reicht, wenn ich gedruckt da durchgehe. Aber scheinbar nicht. Na gut. Dann mach ich Bescheid. Nee, nee. Gern eben, Kumpel. So muss man ja gar nicht ankommen. So, wir müssen ja loswerden hier. Dann stören die auch nur. Geht weg. Oha. Jetzt muss ich mir hier den Weg freibomben. Und ich mach auch besser alles kaputt. Weil ich weiß, ob sich da nicht irgendwas versteckt. Wie da oben zum Beispiel. Da ist ein Mond. Das war ein bisschen grob durchschießen. Alles freiräumen. Bäm. 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 Pula Zerstörung. Da kommen hier die kleinen Dinger noch. Aber ich glaube, dass es nötig ist. Aber. Wie gesagt. Man kann nie wissen, ob da nicht was versteckt ist. Okay, war es nicht. Aber. Gut, dass wir es gecheckt haben. Ich hoffe, das Welt zerstört. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Erstmal. Aber jetzt sind wir eigentlich hier. Wo ich schon lange lang wollte. Okay, wie springe ich da am besten? Nein! So nicht! Was zum Teufel? Vor daneben. Verdammt. Okay, zum Glück haben wir da rum. einen Checkpoint. Hier der. Das müsste ja gewesen sein. Vor daneben gesprungen. Oder reicht der Rückfärtsalto? Ich weiß nicht. Komme ich so weit damit? Nicht zurück. Nein. Nein. Könnte gehen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Es sah mir nicht so aus. Aber jetzt ist es natürlich auch wieder da. Toll. Gut, aber zumindest weiß ich jetzt, was ich freibauen muss und was nicht. Ich habe Angst, das so zu machen. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Nein. Gott. Nein. Vielleicht einfach. Vielleicht doch normale Sprünge. Okay. Das ist ein Weitsprung. Ein bisschen Weitsprung. Okay. Sehr gut. So schwer war das jetzt nicht. Und da geht es sogar noch weiter. Gott. Ist noch mehr? Nee. Erstmal nicht. Aber hier gibt es noch einiges. Da oben. Das sieht auch ein bisschen verdächtig aus. Okay. Jetzt kommt das. Muss ich mal nicht so machen. Hm. Ich hoffe mal, da ist nichts. Okay. Oh Gott. Wow. Nein. Fuck. Oh, tschüss. Woo. Das war nicht so gut. Moment. Das probieren wir gleich nochmal. Moment. Ich bin jetzt wieder... Ja. Fuck. So ein schneller Reset ist das nicht. Verdammt. Vorhin geht noch ein gejumpt. Ja gut. Das kann ich aber besser. Das kann ich auch definitiv besser. So nochmal. Das sind wir vielleicht ein bisschen geschickter hier durch. Ja. Ist doch easy. Ist doch easy. So. Und so. Ja, wunderschön. Wenn man es einmal gemacht hat, dann geht es auch viel schneller. So, okay. Probieren wir das Ganze nochmal. Ich bin halt ein bisschen doof gesprungen. Ich bin ein bisschen... Ich habe ein bisschen gezögert halt. Okay. Einfach fallen lassen. Gut. Aber am besten nicht noch weiter fallen lassen. Was ist das denn noch? Gehst du noch weiter? Okay. Erstmal Mond. Aber wohin führt die Röhre? Führt die mich einfach zurück? Oder? Über den Klippenrand. Wand. Weil das sieht jetzt auch so aus. Okay. So lange muss es da oben. Ah ne. Ist einfach nur Wand. Das sah ein bisschen so aus wie eine Höhle. Okay. Ist vielleicht für später auch ein Jumpman-Akt. Ich denke mal nicht, weil ich mich da hochschießen muss. Geht wahrscheinlich auch gar nicht. Scheint mir ein bisschen krass zu sein. Deswegen lassen wir es auch. So. Lass mal wieder loswerden. Und uns hier einen Weg bahnen. Na. Verdammt. Kurz überhitzt. Na. Vielleicht da noch so. Ich weiß noch nicht, wie ich am besten hochkommen soll. Wir probieren es einfach mal. Am besten wirklich von hier so. Jo. Das passt. Wunderschön. Hinter der Felswand. Okay. Na. Komm mal ein bisschen weiter raus. Na gut. Ähm. Wann Sprung Mario? Was zum Teufel? Okay. Dann doch einfach hoch. Ah. Weitere Münzen. 85 schon. Sehr gut. Fehlt gar nicht mehr so viel. Das sind ganz viel von diesen Blumen. und ein weiterer Checkpoint. Gipfelfahrt. Hey Typ. Na, was hast du zu sagen? Boah. Wenn diese Steigung zu steil sein sollte, kann dir vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Alles klar. Das können wir gerne versuchen. Ist ja wirklich, richtig Sonic-like. So, ist hier noch was? Okay, dober nicht. Aber wir machen mal eine Stampfattacke. Okay. Nichts Besonderes. Zumindest. Nichts Besonderes. So, ich verleih mir mal einen Überblick. Ah. Da ist unser Ziel. Und da kann man auch hoch. Ah. Das sind Münzen. Ist da vielleicht dieses Windrad? Und was ist das? Da kann man doch bestimmt mit einem Gemälde ran. Obwohl, ich sehe keinen Mond. Ihr müsst ja eigentlich auch von der Entfernung aussehen, oder? Dachte ich eigentlich. Hm. Werden wir mal sehen, wenn es soweit ist. Dann mal erstmal hier lang. So, da unten waren wir. Und da oben ist natürlich das Katzenpie schon wieder. Mit einem Herz. Okay. Das scheint hier wieder Secret zu sein. Deswegen auf jeden Fall erstmal hier lang. Hier kurz gucken. Ist auf jeden Fall noch eine Jump'n'Run-Sektion. Ich habe wahrscheinlich von der anderen Seite hin. Hm. Wie ich da genau hinkomme. Und wann, weiß ich noch nicht. Aber wir werden es rausfinden. Irgendwann. Aber erstmal schauen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall ganz viel Gift. Und ein P-Switch. Hallo. Zum. Okay, das ist so eine kleine Einhüllung. Deswegen kann ich... Aber ich bin ja in den Kopf gestoßen. Okay. P-Switch aktivieren. Ist das das Einzige, was sich aktiviert? Man weiß ja nie, ne? Okay. Ich bin da wirklich das Einzige zu sein. Ich vorgehe jetzt einfach mal den Weg, bevor ich abspringe. Gibt es nur Goombas. Aber ich brauche die Goombas scheinbar. Und bringe sie natürlich erstmal um. Das ist natürlich sehr schlau. Ja. Das hatte gut funktioniert. Okay, geht jetzt noch weiter. Ich weiß, die respawnen. Aber ich glaube, dafür muss ich weiter weg sein. Egal. Komm. Ich gehe mich umringen. Ich habe genügend Münzen. Versuchen wir das ganz nochmal. Das geht auf jeden Fall wesentlich besser. Trotzdem, warum ist es in der Plattform? Achso, da waren Münzen, ne? Ja, okay. Dann lasse ich es mal so stehen. Dann ist alles gut. So schnell. Dich. Das klappt nicht so wirklich. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Okay. Passt das so. Wunderschön. Gestapel auf dem Blumenfaden. Okay, es geht quasi da durch. Na gut. Dann weiter geht's. Da haben wir zumindest schon mal den Secret Mond. Oh Gott. Das ist aber ganz schön knapp. Okay. Wandsprung. Nicht so schwer. Dann würde ich es noch mitnehmen. Schaffe ich es noch? Okay, schaffe ich noch. Alles gut. Alles gut. Ich war zwar ein bisschen langsam, aber... Trotzdem noch schnell genug. Alles gut. Alles gut. Alles super. Okay, die Blöcke brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal nicht, was am Mond versteckt ist. Höhe. Höhe ist es wahrscheinlich nicht. Ich habe ja beide. Von daher, alles super. Gewundene Blumenpfade. Sehr gut. Ich habe schon wieder eine Leiste mehr als am Anfang des Parts. Dann läuft doch super. Das läuft doch prima. So, Münzen wie ein Wind nehmen. Na gut, Leben brauche ich nicht. Ich denke, mir das Herzen hat die auch nicht zu bieten. Okay, und ich glaube, es bringt wirklich mehr, wenn ich... Wow, 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 wow. Ähm. Okay. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte auch das hier machen. Ein paar mehr einsatmen. Wow. Nochmal. Nein! Oh Gott, Mario! Ach, pff. Holy shit. Äh. Ich wollte landen. Achso, da musst du sowieso lang. Okay, dann will ich lieber da lang. Na gut. Die Münze eingesammelt. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel brauche. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich was bringt, wenn man mehrere davon hat. Aber ich denke schon. Hm. Könnte aber jetzt schon so rüber. Da ist sogar noch eine Retro-Sektion. Na gut. Obwohl ich einfach da runter springen kann. Von daher alles kein Problem. Hier ist wieder Panzeraktion. Okay, okay, okay. Dann übernehmen wir dich auch mal. Wollen wir das Ding freischalten oder ist hier noch mehr? Gibt es mehr mehr zu sehen? Da scheint der Mond zu sein. Zumindest läuft es da. Okay. Brauche ich den Panzer noch? Oh Gott. Äh, abwärts? Doch nicht hoch. Na, ihr Viecher. Was ist los? Was ist los? Was wollt ihr, hä? Ich balle euch alle zu Brei. Sehr schön. Oh. Dafür gibt es sogar ein paar Münzen als Belohnung. Nehme ich natürlich gerne. Das geht immer weiter abwärts. Aber da war eine Plattform. Ist da vielleicht der Secret Mond? Ich meine, das ist wieder so ein... ...so ein Mini-Level. Da oben sind auf jeden Fall noch Münzen, die ich haben will. Ich traf euch nicht. Ja, hallo. Das war Traffer. Autsch. Was? Immer noch nicht gelaufen? Oh, aus der Luft gefischt. Auch gut. Auch gut. So, bevor es hier weiter geht. Erstmal die Münzen holen. Die wollen wir ja nicht vergessen. Verdammt. Okay. Das klappt so nicht. So. Er schießt gar nicht auf mich. Ich dachte, er würde auf mich schießen. Wenn ich hier oben unterwegs bin. Aber ne. Tut er nicht. Tut er gar nicht. Der Trottel. Das geht mir schon mal gar nicht. Na gut. Ich räume mir alles inzwischen auf. Oh. Pff. Gut. Baller halt von selbst alles nieder. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, ich musste definitiv nochmal rein. Es geht immer weiter runter. Oh Gott. Ganz viel Panzer stellen uns. Das ist nicht der Weg. Verdammt. Nicht mehr so viel Leben. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Eventuell. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Würde ich meinen. Wow. Das war knapp. Was? Hier nicht erwischt. Warte auf. Die sterben, Mann. Und gehen wir nicht auf den Sack. So. Weg mit dem Dreck. Okay. Da ist unser Mond. Sehr schön. Zumindest der erste. Aufruhr im Aufzug. Aber damit gehen wir uns nicht zufrieden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da hochkommen soll. Vielleicht gibt es da Blöcke, die auftauchen oder sowas. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Wobei, ich würde sagen, ich bände erstmal den Part. Sehe ich gerade. Ist schon wieder sehr lang. Ja. Wir beenden hier den Part beim nächsten Mal. Gucke ich mal, ob ich irgendwie an den Secret-Mond rankomme. Und dann kümmern wir uns wieder um die Hauptmission. Ein bisschen haben wir noch hinter uns zu legen. Aber sollte jetzt nicht mehr allzu weit sein. Da ist noch die Halbzeit-Flagge. Alles klar Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann. Euer Retoxan. I'll be your one-up girl.